Da ist ein Feind hinter uns, das weißt du, gell? Ja, ich wollte nur schnell Munition sacken. Alles andere ist egal. Hier gibt's einen 2 daheim. Ey, wir schmatzen da so ab von euch beiden. Der Tom. Das ist ja schon wieder Oberkracht, Alter. Wo seid ihr? Ich schmatze überhaupt nicht ab. Siehst du schon jemand? Nee, nee. Die könnten aber auch hier drüben dann kommen, ich guck mal hier. Da hinten, da hinten ist er. Ja, aber einen Treffer habe ich gemacht. Wo ist denn da hinten? Da, wo ich markiert habe. Die gelbe Markierung? Ja, in der Nähe von der gelben Markierung. Achtung, du bist so nah dran, Andi. Der ist direkt da hinter dem Zaun da irgendwo. Bei denen halbrunden Teile da. Ich habe ihn nicht mehr im Blick gefällt. Andi, das Spielfeld wäre kleiner. Komm bitte zu uns. Ich habe Angst, dass der uns da vor der Seite eine läuft. Ja, ich gehe jetzt hoch zum Thomas und dann schaue ich mir in die andere Richtung. Ich würde auch sagen, dass wir auf einem Platz bleiben. Ich habe ihm halt einen Treffer eingebaut, aber das hat ihn halt nicht gekillt. Ich da unten sehe ihn. Wo? Da. Der ist da hinter dem Haus. Ich sehe gar nichts. Da ist noch dieses große 4GG Militärhaus oder so. Da. Ich habe ihn. Getötet oder was? Getötet. Getötet direkt. Okay, saugerl. Wisst ihr, was das geilste an der Sache ist? Jetzt sind wir wieder zu dritt. Ja. Ja, den looten. Während andere jetzt hier vielleicht alle umeinander laufen müssen. Weißt du, Mann? Andere, die es auch geschafft haben, langer Weg zu bleiben. Der ist zu weit weg, glaube ich. Ja, scheiß auf den. Wenn er eh tot ist, heißt das, dass er keine Kollegen da hat. K98 Kill. Geil. Gut gemacht. Es war dann mein zweiter Kill, die Runde. Ich freue mich voll. Hier gibt es auch K98. Ja, ich würde mich gerne nehmen. Achso. Hast du ein Visier dafür? Nee. Ich habe ein Zweier-Visier auf meiner M4 drauf. Das könnte ich dir geben. Ja, ich kann tauschen. Ich habe einen Rotpunkt für dich denn. Aber warte mal. Hier ist ein Vierer. Hier liegt ein Vierer. Okay, warte. Ich komm. Du hast den markiert. Danke. Und auch noch eine Zweier-West in eine neue, wenn einer braucht. Und nochmal eine K98. Alter. Lass uns mal schön, dass wir weiterkimmern. Nur elf Gegner ab dem, gell? Ja. Heute, äh, nur neun Gegner am Leben, gell? Ich meine, wir sind zu dritt. Äh, auch die E-Mail. Okay, Tom. Fick dich. Ich bin 33G und du kannst mich am Arsch lecken. Zu gerne. Wie viel, wie viel mal hier den Turm kann man da hoch? Ey, wisst ihr, was ich hier gerade gefunden habe? Ein M249. Ja, Mann. Alter, grüne Munition. Sehr geil. Die kann ich unbedingt brauche. Aber ich nehme das Maschinenquan nicht mit. Ich bleib bei meiner. Oder soll ich das Maschinenquan mitnehmen? Ey, im Westen sind Weltsche nicht weit weg. Was das? Ich nehme doch das Maschinenquan mit. Im Westen wollen wir uns die holen. Das geht Richtung Kreis. Kannst du bitte aufhören zum Schmatzen, Alter? Bitte. Sonst platzt mir die Hasskrawatte. Wie heißt das in dem Film? Dynamite. Ich habe mein Kargummi gerade aus dem Mund. Extra für dich. Oh, das ist so schön. Ich habe noch eine Pfanne gefunden. Gut. Lass uns vielleicht nicht auf der offenen Wiese umeinander laufen, sondern... Irgendwo Deckung suchen. Ja, so eine Strandnähe, wo der Gegner uns nicht so gut weckt. Und da vorne haben Häuser im Kreis. Zumindest, wo er uns nicht von hinten abballern kann. Da im Kreis sind so Gebäude. Seht ihr das? Ah, sind die. Ich habe sie gesehen. Da, wo ich markiert habe. Okay. Da sind die. Wollt ihr schießen? Nein, die sind jetzt weit weg. Also ihr könnt schon schießen, aber wir sind jetzt weit weg. Ich würde jetzt hier nicht schießen auf der offenen Fläche. Ich würde sagen, wir gehen erstmal irgendwo, wo wir Deckung haben. Das mit den Häuser finde ich gut, was der Tom gemeint hat. Ist halt doch ein bisschen Deckung zumindest. Aber Achtung, da könnten auch schon welche sein, ne? Scheiße, ich habe irgendwo meine Pfannen legen gelassen und habe stattdessen eine Briefstange mitgenommen. Ich habe gar keinen Zweier WC, habe ich gerade festgestellt. Doch, hier. Jesus ist nicht drauf. Waren die Türen schon offen, Tom? Nein, die waren nicht, habe ich aufgemacht. Okay, passt. So, da oben sind auch Granaten. Mhm, da sind die ja. Da sind die irgendwo, genau. Uh, Explosion. Alter, hier ist nochmal so eine fette MG. Und ein Achtfach-Visier. Achtfach? Das gucken wir sie aber nicht aufs MG-Auffetter, oder? Aber auf, nein, auf die K98 anscheinend auch nicht. Hier ist die Tür offen. Doch. Die Lenktoniskisten hat ihn. Da habe ich einen gesehen. Wo? Da, wo ich markiert habe. Das ist nicht weit weg. Ich liege mir bei der Maschinenball auf der Lauer. Da hinten? Ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Was aber nicht, wo es herkommt. Aber ich habe kein Damage gerückt. Okay, sehr gut. Ja, wahrscheinlich ist der Waldgruppe da. Ich werde Schritte nahe. Ah, das könnte Tom sein. Das werde ich sein, schätze, ja. Ja, das wird gleich einen Nahkampf geben hier. Da fallen fett viele Sachen vom Himmel neben uns. Direkt neben uns. Schau mal, noch sechs am Leben. Das war erst mir drei und die anderen drei. Das ist schon das Finale, gell? Hm. Buam, das ist das Finale, Buam. Geist euch zusammen? Ich glaube, ich tausche das wieder. Ich brauche kein 8-fach Visier mehr. Aber die sind da in die Bäume um. Haben wir festgestellt, oder? Hm, ich weiß nicht mehr, ob die da immer noch sind. Hey, da ist dieses Ding. Ich schau mal, ob ich hier was einsacken kann, okay? Hm. Soll ich rauchen? Für dich? Bin schon dran. Okay. Der mutig, alter. C4? Da ist C4 drin, gell? Und das Steier-Aug. Ich nehme mal das C4. Nein, für den habe ich nicht nur bloß. Doch, habe ich. Nein, habe ich nicht. Okay, ich gebe wieder zocken. Ich habe einen Schalldämpfer gefunden für Scharfschutz. Für SR oder DMR. Ich schmeiß mich hier, dann könntest du es vielleicht benutzen. Ja, tatsächlich. Da läuft einer, da läuft einer. Darf ich schießen? Ja, schieß, schieß, schieß. Da oben. Ich bin außerhalb vom Bereich, ich muss rein. Ich auch. Ich schau auch, Alter. Wie geht denn sowas? Okay. Oh, wow. Schau mal, der nächste Bereich ist da oben bei denen. Okay. Erstmal pülen oder sonst noch was reinhauen. Irgendwie müssen wir da hoch zu denen. Da war gerade eine Granate auf uns. Ja, ich habe es gesehen. Schau mal, dass jeder wieder halbwegs in Ordnung ist. Und dann müssen wir uns da ein bisschen näher rankämpfen, Andy. Ich habe eine Rauchgranate, die werfe ich jetzt gleich. Und dann können wir da vielleicht durch. Ich habe einfach mal ein bisschen Deckungsfeuer gegeben. Gehen wir erstmal zu dem Gebäude. Ich laufe mal schnell nach. Da hinten oben. Schieß drauf, wenn du so kannst. Der schießt gegen andere auch noch. Ja, dann hast du uns einen Moment gekommen, jetzt Highground zu suchen hier, oder? Definitiv. Gehen wir hier hoch und dann alle nicht weg. Ich komme hier nicht hoch, Alter. Jetzt. Also da drüben wurde auf jeden Fall geballert. Das ist der obernahe an der Straße, gell. Haha, scheiße. Ganz schön spannend, Alter. Ja, rüber, dass es ausgeht. Die Runde war jetzt schon cool. Auf jeden Fall. Ja, vor uns. Willi am Zug. Ich habe ihn getroffen. Winner, winner! Chicken's winner! Ja! Ja! Ja!